hallo ist naruto 1986 herzlich willkommen zu assassin's creed 3 part 43 jetzt machen wir da weiter wo wir auch aufgehört haben und los geht's mal gucken hier noch einmal übertreibung starten schnell okay okay ok so schreibt man einfach für den die kommentare und alles und gibt vier Daumen hoch nach und die Punkte und man kann alles und durch mich sehr froh freuen und ja auch eine hauptmission machen mannach werde ich wirklich sehr viel neben dinger noch machen los geht's so we we're cooking das ist was ganz anderes hier wo ist das da kann man hin aber gehen dorthin so da wollen wir gucken Tschüss Peak Bay Lafayette versprach mir eine Flotte ohne gleichen und einen furchtlosen Käpt'n stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen ich verspreche mehr brauchen wir nicht Admiral das bezweifle ich doch Bettler haben keine Wahl und die Schiffe die ich brauche sie gehören euch falls wir das überleben werden also was soll ich tun haltet die Bucht während ich die Flotte angreife sollten sich britische Schiffe nähern zerstört sie sie dürfen nicht nach Yorktown alles klar da wollen wir verhindern dass sie nach Yorktown bleiben oi da wollen wir mal gucken so allmächtiger Gott die Hölle ist ausgebrochen was schätzt du mir viel zu viel wenn jemand hier aufhalten kann dann wir ich hoffe nur der Admiral kommt schnell zu euch ja ich hoffe auch der Fall wäre nicht alter Kuntmänner bereit für die Schiller doch wie noch ein Kind sie uns begüßt macht euch bereit oi oi ok 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 los geht's komm er kommt noch hoch jetzt alter ok lachen männer so ok ok komm wir drehen und feuer jawohl zurück wir flächen na da drüben ist noch eins äh halt hinten sind hier auch noch welche oh jeje äh hinten kommen auch noch welche ok so Alter, komm Oh yeah, Freunde, habt ihr gut gemacht, Leute Ich werde das mal kurz in die Tränen Ach, sorry, Freunde So, dann erletzt schnell Erstmal schnell volles Segel hier setzen, hier Yay Jawohl, den haben wir mit Freizeit gefangen Auf, komm Yes Egal, egal, scheiß drauf Wir haben das jetzt nicht so energetik Aber scheiß drauf Hauptsache wir haben jetzt die Hände gezogen Egal Ich werde wahrscheinlich hier nachher auch verhauen Aber trotzdem, ich wollte das nicht gerade hier so machen Aber egal, das haben wir jetzt verhauen Das ist wahrscheinlich aber scheiß drauf Alter, was kommt denn da noch auf uns zu Hilfe Leute, übertreibt man das jetzt Hier, hallo Ja Ja Alter Jetzt muss ich schon ein bisschen wenden Ja Da leckt mich doch gerade am Arsch jetzt hier Ja Leute Das ist eh Ja Hey, sag doch nach, Mann. Mein Güter, das ist eigentlich doof, Alter. Kommt schon, Leute, Männer, setz, mach doch. Kommt. Hä? Wollen sie mich gerade verarschen? Ein bisschen hier gerade. Ernsthaft, gerade verarschen die eigentliche? Verarschen die mich jetzt gerade bis hier? Ja, klar, weil die nicht so schnell hochkommen von ihrer blöden Drecksdeckung hier, Alter. Das ist doch kacke, sowas. So, jetzt aber. Nein, die Mütten, Alter. Ich verstehe, warum die nicht so schnell sind, Alter. Was ist los mit denen? Ja, hört auf und nervt mich, meine Witze. So. Ja, hallo? Ja, schönen Dank auch. Schönen Dank auch. Wirklich, Alter, wirklich, ey. Ihr seid solche Penner. Wie lange braucht ihr eigentlich mit dem Laden, Alter? Seid ihr bescheuert? Oh ja! Ja, komm! Leute, ernsthaft gerade? So, jetzt. Oh, Junge, verreckt doch einfach mal jetzt hier. Ja. Sing doch mal weg, jetzt hier, Alter. Was soll der Scheiß? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das ein Team? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt gerade hier wieder, Freunde der Nacht. So. Alter Vater, ey. Ja, sorry Leute, dann segelt mir doch nicht mit in den Weg rum hier, Alter. Was macht ihr? Oh, come on. Ich hasse dieses Schiff. Ohne Witz, das ist ein Schiff, was ich jetzt wieder so gerade hasse, weil... Und ich mit dem Scheiß hier... Yes. Was, das war's schon? Mit so wenig Leben? Leute. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so wenig Leben noch durchkomme. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so wenig Fütze von dem Leben noch durchkomme. Ich hätte nicht gedacht. Okay. Das ist jetzt mir egal, ob ich das auch so zum Ziel damit habe. Das passiert mich jetzt momentan gerade nicht. Das ist mir jetzt gerade momentan egal, ob ich jetzt, äh, das nicht habe. Ja, Alter, was ist denn los mit dem... Alter, blödes Schiffwrack, Alter. Hau doch mal jetzt ab hier. Ist das euer Scheiß ernst? Lass die Segeln runter auf halbes Segeln! Lass die Segeln runter auf halbes Segeln! Endlich! Meine Fresse, ey! Warum... Was sind denn dieses Drecksschüppler jetzt einfach? Okay. Oh Mann. So. So, schnell hier rüber Segeln, ey. Hm. Was? Mit Ketten geschossen ist er jetzt oder was? Alter. Na gut, dann machen wir mal Ketten geschossen. Alter, lauen Sitzerschönen! Jetzt können wir uns nicht mehr wehren! Das Biest wird uns versenken, wenn wir nicht aufpassen! Er hat nicht wirklich vor sie zu entern, oder? Hat er den Verstand verloren? Er wird uns noch alle umbringen. Äh, wie, was? Können sie sich nicht mehr rühren oder was ist los? Geht mir alles! So entern sollen wir den jetzt oder was? Ja, jetzt geht der Scheiß schon wieder los, alter. Jetzt haut doch mal ab hier. Lunge, jetzt haut doch mal ab hier, Mann. Du bleibst hier, Junge Schlicht drauf, Connor, perfekt Okay Connor, jetzt heißt es abhauen, mein Freund Okay, weiter geht's Ja Lauf, Connor, lauf, lauf, lauf Boah, alter Vater Gerade noch Jo Ah, und da kommt unsere Armada endlich, perfekt Das ist mir jetzt egal, ob wir das jetzt komplett haben, ist jetzt egal Aber Das ist ja auch nicht so wichtig, weil Man muss das ja nicht unbedingt, das ja nicht unbedingt Hier funktioniert alles so Oh, zu Stehen 100% haben Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt Imposant Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieben Wie versprochen gehören meine Schiffe euch Wie können wir helfen? Fünf von ihnen müssen in den Hafen New Yorks Unter britischer Flagge Wartet, wartet Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren Stattdessen Bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein Natürlich nicht Ah Nur ein Teil davon Erklärt mir das Ich muss ins Fort George eindringen Doch es wird gut beschützt Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran Dann ist der Plan klar? Keineswegs Aber ein Versprechen ist ein Versprechen Auch einem Irren gegenüber Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist Ihr habt ihn gehört Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können Beeilung! Alles klar, dann haben wir das ja auch schon mal geschafft Die Schlacht von... Okay Egal Ja Egal jetzt Scheiß drauf Mir kann ja nicht immer alles erfüllen davon Geht ja nicht Hallo Connor, grüß dich Ist alles vorbereitet? Ja Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt Ja und ich will die ganzen Rekruten auch noch alles sammeln Hier werden auch noch die ganzen rekruten befreiung machen natürlich klar werden da auch noch alles komplett frei machen das machen wir alles noch keine angst alles machen wir aber alles erst nach der wir die ganzen hier wenn wir diese mission haben dann fangen wir mit dem ganzen anderen davon an dann haben wir das glaube ich auch warte wunderbar perfekt genau das war ja gerade die absicht gewesen von mir ja danke wenn wir suchen dass wir vieles davon schaffen und dass wir nicht vieles davon schaffen kann nicht schon alle wollen weg 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 So. Dann geht die Rebellion weiter. Junge, dreh ich doch nicht dauernd um hier, Alter. Was machst du für ein Kacke? Ach, komm. Gerade zum Aufhören, dich dauernd hier umzudrehen. Und alle Tischler, im Zünchthaus wird nächste Woche eine neuartige Drechselbank krevetiert. Kommt und bestaunt dieses innovative Meisterwerk. So. So. Okay. ok wenn irgendwo noch so ein neues Na egal Wollen wir mal weiter Wollen wir mal etwas interagieren Gut Das Hämmer Hm So 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 einen Moment Bin gleich wieder da freund in der Nacht So So Freunde der Nacht Ich bin wieder da Hm Nee Ah Hier ist mal ein bisschen Herr Hellen hier Was ist das denn jetzt gerade Mal gucken Wo wir hier irgendwie etwas machen können So So Wenn ich hier die Gänge ein bisschen erhellen hier Jawohl da hinten Alles klar Dann Dann brauchen wir mal gucken Hm Hm Mhm So 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 Das ist ein bisschen blöd gerade. Ja, komm, geh weiter, Alter. Junge, jetzt geh doch weiter und dreh dich doch mal um, du Hundekopf. Junge, dreh dich doch mal um jetzt. Spinner. Du hältst den Rand, Junge. Das ist mir gerade momentan egal. Das ist mir jetzt scheißegal. Sorry, Leute, wirklich. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir egal. Immer dieses dreckige Spacke hier schon wieder, Alter. Ja, Alter. Junge. Ich hatte diese dünnische Rundkletter. Alter, was ist das für... Ey, ihr verarscht mich doch gerade ein bisschen, Alter. Ist das euer Ernst jetzt? Ey, das ist nicht euer Drecks Ernst gerade hiermit. Ist mir jetzt egal, ob es geht oder nicht. Okay, Zeitlimit haben wir geschafft. 50% ist auch geschafft. Egal, wenn wir jetzt eins nicht haben, ist es auch scheißegal. Weil, wirklich, eins ist auch scheißegal. Wenn wir jetzt eins nicht haben... Weil, wenn wir jetzt eins nicht haben, ist es auch nicht schlimm. Dafür haben wir wenigstens die anderen beiden. Ah ja, hier. Ne, da haben wir es drin. Ach, ein Ausweichen. Alter. Wo bist du, Charles? Fort. Boah. Komm schon. Du, du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und du musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Glaube ich nicht. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die Meinen zu verurteilen. Ja. Wir haben deinem Volk nichts getan. Wir unterstützten die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Unter uns wären alle Menschen gleich. Versprechen die Patrioten dasselbe? Sie versprechen Freuheit. Was, wie ich dir wieder und wieder sagte, gefährlich ist. Die, denen du zum Aufstieg verhalbst, mein Sohn. So. Okay. Da haben wir es schon. Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich kommt. Oh ja, jetzt kommt der beste Teil von allen hier. Jetzt reicht es nämlich langsam. Tut mir leid, ich kriege einen Weg. Auch wenn es scheint, als würdet ihr sieben, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Na gut, dann stirb eben. Tja. Digga, du bist doch ein Idiot. Hast du es nicht gemacht, dass ich auch eine Klinge habe? Bist du dumm oder was? Tja. Jetzt bist du tot. Voll Idiot. Glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streichen und mir Fehler einzubestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ah. Dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit. Stärke. Courage. Alles edle Tutenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Jetzt bist du tot. Tja. Ohne die Wachil da gemeint. Wir haben ein Problem. Aethem hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg ist herauszufinden. Und da ist er hoch. Er ist jetzt nachts. Trophäe erhalten. Trophäe erhalten. Ein schwieriges Ende. Sequenz 11 beendet. Oh ja, Sequenz 11 ist einer der besten Sequenzen, was ich echt geil finde. Wo Hafen dann sterben wird. Den Kick von Hafen fand ich richtig geil. Mein Vater ist tot. Charles Lee führt nun den Templerordnern seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee tun. Oh ja. 12 Millionen. Ah, okay. Ich kann meine Waffe nicht... Okay, wir müssen zu Lee gelangen. Das heißt... Ich wollte hier um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken. Der die Welt verändern wollte. Warte, warte. Und er hat verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns, oder sie finden den Tod. Und dann, meine Freunde, wird all das endlich uns gebührt. Hm. Du Fenner. Er schickte mich fort. Damals. In Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Kannst du vergessen. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst... Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen. Und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande. Den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt. Dein Dorf und seine Bewohner. Alles wird brennen. Doch. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit Ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Glaubt mir, das ist euer Fehler. Ist nicht mehr so vorlaut jetzt, was, Junge? Ah, schaut mal, die Klinge wieder cool. Dann kommt mal her, ihr Penner. Kommt mal her. Ciao. Junge, warum seid ihr eigentlich so vorlaut? Das verstehe ich gerade bei euch nicht. Dann stirbt, weil er nicht so vorlaut ist. Dann stirbt, Junge. Ah. Tschüss, ihr vorlautem Penner. Ciao. Komm her. Tschüss. Na gut, dann wollen wir es mal alle eliminieren gehen. Kommt mal her, ihr Penner. Ja, komm mal her, ihr Trottel, Alter. Hier wollte ich echt einen auf die Klappe oder auf die Fresse kriegen. Kommt mal her jetzt. So, stirbt, Alter. Ciao. Danke fürs Abknallen. Ernsthaft, freut ihr euch wirklich mit mir anlegen? Danke fürs Abknallen. Hier lernt's nicht, gell? Weg. Danke fürs Abknallen, Alter. Freunde danach, dann kommt mal her jetzt. Habt ihr wohl keine Lust doppelt anzugreifen oder was? Boah, was geht denn noch? Ah, für die du nicht willst. Stirb halt. Mhm. Schön. Schön. Schön für euch. Okay. Äh, wie, wer hat noch nicht? Ich durfte nur ein Dreifach. Oh, Gott. Du wirst nicht schon, ja? Komm her. Oh? Und stirbt halt. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. So ein Penner. Und Legos. So, dann kommt man ja jetzt. Ja. Jetzt aufschließe ich schon, Alter. Hä? Ja, Mann. Ist das neblig. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier nicht mal die Hand von den Augen. Das ist doch gerade mal nicht normal, ey. Hm. Ich verstehe den Kollegen erstmal hier. Ja, komm. Weg. Wird auch noch schwimmen gehen. Ja, oder wir machen das jetzt hier so durch. Und werden nun alle Nebendinger und was es das so gibt, einfach alles dann noch nachholen. Naja, was wollen wir machen? Bringt ja uns in dem Sinn, in dem Sinn bringt es uns ja gar nichts. Okay. Äh. Okay. Äh. Limit für Heil, Rotröcke. Da gibt es ein Nutzziel. Unbemächtig. Äh. Ja. Jetzt kommt der Dreck wieder. Eh. Ja. Na klar. Leute. Jetzt kommt der Scheiß. Jetzt geht der Scheiß wieder los. Ach. Jetzt fängt der Scheiß wieder an. Pfff. Ne, ne, ne. Ernsthaft, Alter, jetzt geht der Dreck wieder los hier mit denen. Wir sollen da. Hm. Schön, danke auch. Und jetzt geht der Mist, es geht der Mist. Ja, schön, danke auch. Jetzt geht der Mist wieder los. Jetzt fängt der Mist wieder an. Ich glaub's nicht. Pfff. 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 es geht der misst wieder los er ist super jetzt fängt der scheiße jetzt fängt der misst dann zu klettern lieber außenrum wieder aber ich finde es einfach nur schön mit der scheiße wie los geht hier gerade okay das ist einfach zu riskant gerade momentan dann dahinten der folie tut auch noch das ist ein bisschen riskant gerade jetzt hmm Okay. 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 Okay, bringt gerade nichts, schade. Komm schon, dreh dich um, Alter. Jetzt dreh dich um. Junge, dreh dich doch um, geh. Dreh dich einfach um und geh. Danke. Alter. 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 Das klappt schon mal. Mhm. Oder ich probiere es mal so rum. 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 Aber wenn ich hier hinten dranbleibe könnte, wird mir ja nichts passieren. Ich hoffe, dass er mich von hier nicht zieht dann. Ich hoffe, dass ich mich dieser Zitter hier nicht kriegt und zieht, weil sonst habe ich ein Problem. Du kannst mal schon die Klappe halten, mein Freund. Ich hoffe, dass ich die Klappe halten. Ja, hinten hin rein, der Typ. Ja, schön. So, komm mal ruhig her, mein Freund, komm mal ruhig hierher. Wann stirbst du jetzt? Hä? Okay. Ja, scheiß drauf. Hm. 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 Da werden sie es auch nicht egal. Scheiß drauf egal. Ja, ist wohl nicht. Ich habe doch nicht mehr. Okay, wollen wir den schon haben? Hä? Wie, was? Hallo? Ja, ne, ist doch klar jetzt. Erster heißt, ich habe es geschafft, dass ich nicht entdeckt bin. Ah, alles klar. Jetzt darf ich es Gott sei Dank nochmal auf hier machen. Danke, Leute, danke. Okay. Mhm. Nein, halt, rüber, genau, pass auf, vorsichtig, mein Freund, vorsichtig, vorsichtig. Oh, vorsichtig. Na egal, scheiß drauf, scheiß drauf. Ja, okay. Macht nichts, kein Problem. Alles gut, Digga, alles gut. Krieg mal hin, krieg mal hin. Äh, warte mal. Ciao. So, damit ich dann wäre schon mal weg. Na, macht nichts, scheiß drauf. Die nächste Runde wird besser. So. So, erstmal. Weg mit dir. Nein, du musst auch keinen Fall mehr nachschießen, oder? Was machst du denn, du für ein Scheiß? Übertreib doch mal nicht jetzt hier, mein Freund, übertreib ich's nicht. Erst. Ernsthaft? Ist das nicht dein Ernst gerade? Hallo? Nein, ich finde es Wasser. Oh Gott, Conor. Na, egal. Alles gut, alles gut. Ist ja noch nichts versaut. Oh Gott, Conor. jetzt hier schön hier an der reding entlang gut gemacht connor so kurz ein bisschen nach oben wir kamen diesen ganzen weg für nichts also wir haben es nicht ins meer werfen lassen sollte kein grund für hastigkeit gibt mir nur etwas mehr zeit ich suche auch die anderen schiffe ab wenn ich muss es gibt sicher gefangene die euren ansprüchen genügen nun gut ihr habt zwei tage stellt euch in der green dragon tavern in boston mit den gewählten männern so treffen wir euch mit unserem anführer ok von der hr setzen kommen so das war es ja okay das eine haben wir jetzt verhauen deswegen aber so zwei nur eine eigentlich normalerweise egal scheiß drauf dann haben wir hier da gehen wir jetzt nicht hin warte hm 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 drauf ja was ist kann man hier noch vielleicht so ein bisschen kämpfen hier jetzt geht das wieder los kommt die schon da lang dran also wird das probleme schon mal hatten ja schön kurz mal weg hier übertreibt man jetzt nicht übertreibt man das freund übertreibt man jetzt hier mal nicht übertreiben jetzt hier wollen jetzt nicht übertreiben so übertreibt man jetzt nicht hier ok mit übertreiben ok dann wiedersehen ey ich habe gekonnt was wirst du ok dann auch wieder sehen ok wer will wer hat noch nicht 3 schönen dank auch mein freund ja komm wer will wer hat noch nicht oh ja danke damit will ich dich schon mal los danke ich hab dich gewandt junger du hast gar nichts aufheben du kannst einfach mal so sterben gehen mein freund nach freundlicher nacht wer will heute noch wer wir kämpfen ach so auf die atmos sollte das ist nicht so gut ok 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 so damit stadt mit der dinge weil das bringt ja uns das war ja gleich hier gleich loslegen hier gleich viel freimachen dabei sind mit vielen nebenquests anfangen wir jetzt dann hebt man das andere auf und machen fangen jetzt mit sehr vielen nebenquests jetzt an wie ich schon gesagt habe weil wir machen die ganzen dinger hier aufmachen jetzt nebenquests werden dann noch ein paar rekruten sammeln werden dann noch ein paar andere dinger sammeln dann kommt mal her jetzt mitkommen ja wir werden nicht das ist abknallen die trottel ja wir werden noch nicht okay weg mit dir so ne ernsthaft gerade weg alter übertreibt leute warum übertreibt hier gerade hör doch mal auf jetzt zu übertreiben ja das ist alles da komm mal her warum packst du dich denn nicht alter bist du bescheuert weg und wer will der hat noch nicht du sollst du okay ja ja komm on alter komm danke oh ja super danke dir und jetzt euer leben dann jetzt übertreibt nicht okay kleiner übertreibt man jetzt nicht hier weg naja klar jetzt kommt der super reiter da hinten oder was super operator ja klar also bis jetzt nicht bist du da nein Nein! So rum. Oh yeah! Tschüss! Tschüss! Oh Gott, das ist nur noch. Weg dich hin. Ja, nicht aufgepasst, gerade eben, egal. Nicht schlimm, nicht schlimm, alles gut, Junge, alle gut. Mal nicht aufgepasst, gerade eben. Zu langsam reagiert eben, ist aber auch nicht schlimm. Kein Problem. Wir mucken jetzt noch mal ein bisschen auf hier. Bei den paar Leuten hier noch. Und dann... Und ein bisschen Kampf provozieren, schnell. Und weg. Okay. Junge, übertreib jetzt nicht. Übertreib mal nicht. Hoho, Junge, übertreib nicht. Komm mal mit, Leute. Auf. Oh ja. Sehr schön, sehr schön. Oh yeah! Hier wird schon rot röcke, dann kommt dir fliehen. Hier wird schon rot röcke, dann kommt dir fliehen. Komm mal her, Leute. Was willst du? Die schlafen. Kannst auch mal schlafen gehen. Was willst du denn schon sagen? Geh mal schlafen jetzt hier. Alter, ey! Renn mich nicht um hier. Übertreib mal nicht jetzt. Wer will, wer hat noch nicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ja, gerade wo ich den falschen Knopf drücke, weil ich gedacht habe, wer wer greift von den an und dann... Ich habe den gerade den falschen Knopf drückt, weil ich jetzt nicht wusste was kann. Egal. Naja. Jungen, übertreib net. Dann stirb halt. Ja, dann stirb halt. Komm. Das ist so was, dann geh ich sterben, oder? Und tschau. Komm mal her, mein Freund. Komm. Komm her. Gut. Erstmal ein Wacken dicht, Kollege. Jetzt stirb. Erstmal richtig. So. Dann haben wir jetzt die. Okay. Okay, alles klar. Gibt's hier am Hafen noch welche? Wollen wir hier? Hier. Weil ich nur... Ja. Super. Da hinten gibt's welche Leute, die wir mal aufmachen können. Weg, weg, weg. Ich nehm's mal im Sprung weg. 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 Ja, erschließ ihn mal. Danke. Ja, jetzt kommen sie wieder auf... Ja, jetzt... Klar. Jetzt kommen sie mal wieder alle an, hier die... kleinen Trottel. Ja. Schön, erschließ ihn mal. Danke. Vergiss es weiter. Weg. Na klar. Okay. Okay. Ey, ihr kleinen Mucker. Muckst das. Hey, ihr kleinen gemucksten Mucker. Muckst du dir zufalt? Ja. Okay. Danke. Hm. Jo. Macht's Spaß. Okay. Danke. Okay. Ja, das ist super Kollege von ihm. Okay, weg. Drück ruhig ab und schließen ruhig. Hä, jetzt hast du das jetzt für mich erledigt. Ciao. Tja. Und noch einer ist geflättet. Ah, auf die Art kommt die mir jetzt wieder. Okay. Ein bisschen drauf achten, ja. Was ihr da macht. Ey. Nicht so hier, mein Freund. Okay. Schau. Hm. Schönen lang auch. Oh, Mann. Herr Schöne, jetzt geht das wieder los. Danke Leute, jetzt geht das. Oh, umsonst nicht macht man ja, da was muss ich nicht sagen. Ich hatte, kurz so. Oh, ich hab den Pfeil reingejagt habe eben. Oh, ich hab mal kurz drei gedrückt, da hab ich den Pfeil gedrückt, hab ich den Pfeil weg auf den Pfeil von der Pfeil. Junge! Was war das jetzt gerade für eine Aktion eben? Äääääääääääääööö. Was war das jetzt gerade für eine Aktion eben? Wie er den Typ einfach mal so hingerichtet hat Einfach mal so Alter, wie er den Typ da einfach mal so Alter, wie er den einfach mal so hingerichtet hat Der Connor Alter, nur kurz Drei gedrückt und dann Kreis gedrückt zum Abkontern und dann nochmal Ich bin einer von drei Gatt da So Lauf Einfach mal kurz ausweichen hier Zack und tot Was ist denn? Droddel Okay Na 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 Wart mal, wart mal, wart mal drauf Oh ja Darum freu ich mich schon Yeah Komm, Marsch Zack Flügt was drauf Wow Alter Alter Der hat mir einfach gepasst, der Typ Yes Manchmal geht Connor echt brutal ran, aber das finde ich genial Der Drankelele Ja komm Drankelele Drankelele Ne Lass bleiben Finger weg von mir Oh ja Oh ja Danke schön Das hier ist, wenn ich die Drankelele das Zeug angreift, finde ich cool Oh Okay, das müssen wir beim anderen machen Perfekt Perfekt Oh yeah Oh yeah Danke, Digga Kommt noch so ein Kollege von dir da rein Na gut Welches ist mein Waffen, mein Freund Und Ciao Komm Yes Hey Wo ist euer Anführer Den bekommst du niemals Er hat doppelt so viele Männer Doppelt so gut wie diese hier Ach, wirklich Dann stirb halt Alter, ich hab mich gerade gewundert, Alter, was ist denn los Ah ja Nee Super Jetzt geht das wieder los hier Ey Übergreif mal nicht jetzt hier Hallo Danke Toad Oh, look at the set Toad 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 Wuh Ja Ciao, ciao Super Ey, Digga Verschreibt man jetzt So, lass mal nachkommen Ah, lass mal na ja Ah, hast du nachgeladen zu sagen, na, naixelag, na, hallo na, na, nachgeladen hab, ähm, nachgeladen, mein ich Lass mal aufnehmen, Scheiße zielt, nicht mit mir. Ajo, klar, übertreibt doch gleich, ihr wollt's wissen oder was? Ihr wollt's mal wieder wissen oder was, alter, vater. Ja, was war das denn für ein Kombo? Alter, einfach mal dran hier, so. Oh ja, danke. Abgang, tot. Ach, klar, jetzt kommt die, jetzt kommt die heiligsten mal wieder hier. Was geht das denn los mit den Zweiten? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ehh hopp! Halten ist ja gut, oh, ja, komm mal her, hier. Ah, auch klar, was ich jetzt hier machen, na gut. Oh, schön. Perfekt. Hat er wegen gewaschen. Kommt mal her, putt 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 putt. Ah, auf die Ager, so, oder was? Na gut. Schön. Rande. Arsch durch und zack zack zack. Du schiebt. Die Penner. Oh ja. Oh, die Beine guckte, die Typ. Vergesse den Liger. Kommen wir. Tot. Alle, die das einfach nicht lernen wollen, kann das sein? Ein paar einfache Kills. Gut, dann bin ich jetzt in dem Part, wir sind im nächsten Part wieder, also dann bis gleich. Euer Naruto 1986, schreibt mir, die kommt da, gebt Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr drüber freuen und alles, danke.